Hey, ich bin Yannick. Wenn du mich ersetzen möchtest, dann musst du mindestens so treffsicher sein wie ich. Wartet schon, ich habe das Kundentelefon. Und deine Kunden müssen immer Prio 1 haben. Ciao. Die Zusammenarbeit mit meinem Success Manager ist cool und lehrig. Und wir unterstützen uns immer gegenseitig. Wenn das alles auf dich zutrifft, dann wirk dich doch jetzt. Ja. Ja. Ja.